Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play Folge von Zelda Link's Awakening. Wir haben jetzt die zweite Folge vor uns, haben den Wurmpalast hinter uns gebracht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, lasst frühzeitig gerne schon mal einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Folge zu verpassen. Und wir starten jetzt direkt in die zweite Folge. Okay, es gibt noch insgesamt sieben weitere Dungeons, gut zu wissen, wie beim Super Nintendo damals bei A Link to the Past. Das fand ich auch ein sehr, sehr geiler Teil. Okay, wir müssen als nächstes in den Schleimsumpf im Norden. Und da war doch noch was. Ach ja, na, was ist denn da? Na, das wollte er mir nicht verraten. Der gute Uhu. Okay, Schleimsumpf im Norden. Wir gucken mal kurz auf die Karte mit dem Minus. Gibt es da eigentlich irgendwelche? Stopp, gibt es irgendwelche Namen? Zauberwald, Steppe, Mövendorf. Nö, wir werden es schon finden. Ich glaube, das ist hier in der Ecke irgendwo oder hier oben. Wir werden es sehen. Ich muss auf jeden Fall noch mal in das Dorf. Ich habe nämlich noch ein bisschen was abzugeben. Ich möchte auf jeden Fall diese Schleife, die ich hier unten habe, die möchte ich noch loswerden. Da weiß ich nämlich mittlerweile, wo die hin muss. Okay. Ja, wir müssen eh ins Dorf. Kann ich von hier aus hier hochspringen? Okay, kann man nicht hochspringen. Das hätte ich nicht gedacht. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Was auch immer die Moblins sind. Wir werden es jetzt rausfinden. Okay, na dann. Auf jeden Fall war ihr mega Trouble. Ach, alles klar, Komet. Das ist quasi der Hund. Das ist der Hund von der Kollegin. Ne, ich muss jetzt erst mal ins Nebengebäude. Also quasi den Nebeneingang. Und hier werden wir nämlich die Schleife los und bekommen Hundefutter alles klar. Das Hundefutter weiß ich auch schon, wo das hinkommt. Bevor ich gleich den Weg straight durchlaufe, wo wir überhaupt hin müssen, wäre ich auf jeden Fall noch das Hundefutter loswerden wollen. So, dann bringen wir uns erst mal das Hundefutter weg. Schnell. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Palast. Zumindest auf dem halbwegs schnellsten Weg. Ich will natürlich alles mitnehmen, was geht. Ups. Klingeln wir mal mit. Na, das fressen wir doch gleich komplett mit Dose. Kein Ding. Kann man mal machen. Okay, eine Bananenstauder. Na, mal sehen, wie wir die loswerden. So wollte ich das machen. Ist doch elegant aus. Alles klar. Schade, dass man hier diese Abgrundsprungpassage, sage ich jetzt einfach mal, nicht hochspringen kann. Okay. Kann sein, dass man die Äpfel abschlagen kann. Kann man schon mal nicht. Man kann übrigens beim Angeln noch ein paar mehr, also wie viel genau, weiß ich nicht, aber noch ein paar mehr Herzteile freischalten. Das werde ich aber später erst machen. Ist echt geil hier mit dem Sprung. mit dem Moment. Hier in der Nähe war doch noch ein Herzteil, wenn ich mich nicht... So, da gehe ich zuerst hin und dann gehe ich erstmal hierher. Genau, da haben wir es. Okay, kommt man erst dran, wenn man die Feder hat. Sehr schön. Und da haben wir das fünfte Herz. Läuft. So. Okay, jetzt gehen wir es mal nochmal zurück und schauen uns da oben um. Schleimsumpf. Genau, da müssen wir hin. In den Schleimsumpf. So hieß es. Aber, Moment. Genau, hier konnte man nämlich auch langen. Da war doch was. Oh, was war das? Was sind das für Geräte? Sind das Zombies? Das wäre witzig. Tatsächlich. Okay, hier geht es nicht weiter. Ach, die kommen dauerhaft hier raus. Okay, ein Friedhof. Können wir überhaupt tot machen? Ich habe das Gefühl, die kriegt man nicht tot. Nee. Oh, die haben es aber in sich. Bleibt. Oh, da ist ein Harzteil. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauche ich langsam mal wieder eins. Na, sehr schön. So kann es weitergehen. Was haben wir hier schönes? Fratzenwald. Fratzenwald. Okay. Na, dann gucken wir doch mal rein, was ihr uns hier erwartet. Was willst du hier? Ah, das klang nach dem Hund. Ah, ja. Harakiri. Harakiri, einfach drauf. Zumindest am Anfang kann man sich das noch erlauben. Alles klar. Ich bin der Kopfgeldjäger. Okay. Wie will denn der Onkel kaputt gemacht werden? Alles klar. Jetzt war ich fast reingesprungen. Na, das war ja relativ simpel eigentlich. Leichte Anfangsschwierigkeiten. Eine Fee. Ey, nicht wegrennen. Oh, ich habe sie noch gekriegt. Ich wollte gerade sagen. Wegrennen ist auch gut. Eine Fee, die fliegt. Wegrennen. Herrlich. Du hast den Komet gerettet. Ein furchterregendes Vieh. Ah, ja. Ach, den hat er einfach so vom Stein gelöst. Okay, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich mit dem so anstellen kann. Ich würde mir gerne mal von euch wünschen, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare zu schreiben, welches euer Lieblings-Zelda-Teil ist. Das würde mich echt mal interessieren. Also ich muss sagen, der von Super Nintendo Link to the Past, den fand ich mega geil. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Okay, naja, ich nehme mal an, dass im Schleimsumpf dann quasi die nächste Quest ist. Jetzt gehen wir mit dem Hundi. Erst mal ein paar Meter. Oh, das sind ja hier. Okay, die brauchen auch zwei Schläge. Oh, der geht sogar auf die Gegner. Oh, das haut hier richtig rein. Sehr geil. Was ist denn das hier für ein Kollege? Okay, der braucht Hilfe. Oh, der gute Boris. Okay, was ausbuddeln. Ich gehe mal kurz. Ah, man kann ja auch Merker setzen. Das werde ich jetzt mal in Anspruch nehmen, damit ich das nicht vergesse. Jetzt muss ich mal gucken. Erinnerung ist X. Nee, stopp, das ist falsch. Nee. Moment, was war denn das gerade für eine Info? Infos ausblenden. Ach, der zeigt auf der Karte an, wo die alle sind. Okay, pinnen wollte ich. Genau. Ich mache jetzt ja einfach mal so ein Teil, damit ich weiß, dass ich da was zu erledigen habe. Ist gar keine so schlechte Sache. Okay, ach so. Ich wollte ja noch reingehen. Ausbuddeln heißt für mich, ich muss die Schippe holen. Da brauchen wir aber 200 Rubine. Okay, okay, okay. Boris Hütter. Okay, also ich brauche tatsächlich erst mal eine Schaufel. Obwohl da eine liegt, ist eigentlich auch ziemlich geil. Moment, jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht schon die Schleim-Sümpfe kann, bevor ich überhaupt zurück ins Dorf gehe. Die Sümpfe dürften nämlich, stopp, ich verdrück mich ja noch ein bisschen, das ist jetzt hier nicht Absicht. Ja, sieht so aus. Als könnte ich, komme ich hier schon direkt rein. Stopp. Ich glaube, ich weiß, wie ich reinkomme. Ähm, Moment. Oder? Stopp, ne, das war falsch. Ich glaube, ich muss nochmal hier lang. Oder? Ne, ich muss zurück. Okay, ich muss durch den... Ach, jetzt weiß ich es. Ich muss durch den Wald. Mit einem Hubs sind die im Mund. Geil. Der haut ja richtig rein. Ich möchte ihn behalten. Das ist die Frage, wenn ich ins Dorf gehe, ob der mich dann verlässt. Deswegen gehe ich lieber auch noch nicht ins Dorf. Das sieht jetzt erst einmal gar nicht so blöd aus. Oh, was ist das hier für ein Onkel? Du Armer. Okay, wahrscheinlich auch irgendjemand mit dem Tauschgeschäft. Vielleicht kriege ich irgendwann einen Brief, den ich weiterreichen muss. Was haben wir hier schönes? Okay. 20 Robine. Nehmen wir mit. Okay. Wie er sie alle weghaut. Das ist total geil. Okay. Können wir das Ganze gleich nochmal üben. Einmal ran. Anpinnen. Zack. Speichert er die anderen oder nicht, dass er die löscht? Ne, okay, die bleiben. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe schon so viele Spiele von früher gespielt, wo man sowas machen konnte. Aber da konnte man nicht viele Merker setzen. Oh, da ist noch ein Herzteil. Was Musik. Der Fisch regt mich sich im Ei. Du bist dort. Ah, ja. Wiedersehen. Ah, alles klar. Hier kommen wir zum Sumpf. Das ist schon mal schön. Der Hund ist so Hammer. Die haben sich behalten. So, den brauche ich für zu Hause. Aber leichts nicht, darf man ja auch nicht werden. Alles klar. Läuft. Ach, die kann wahrscheinlich nur der Hund töten. Kann das sein? Jetzt. Alles klar. 50 Rubine. Sehr schön. Oh, jetzt muss ich aber auf meine Herzen achten. Sehe ich gerade. Ich lasse mit dem Hund mal noch ein paar Fische töten. Na, das klappt ja super. Okay, er möchte mir keinen hinterlassen. So, auf geht's in die, in das nächste Dungeon. Die Djinn-Grotte. Das ist quasi der nächste Palast, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Oh, da habe ich wohl ein bisschen zu früh. Okay. Also, der Schlüssel. So. Na, dann nimmt er den Schlüssel doch gleich für hier unten. Und Schei-Guy. Ich werde verrückt. Ach, der End. Okay. Ah, alles klar. Gird. Nein, nicht schlecht. Also, hier sind sehr viele Super Mario Elemente drin. Das finde ich echt mega stark. Gut, den Kompass haben wir schon mal. Hier dürfte nichts weiter sein. Oh, das könnte funktionieren. Ach, die machen die Schubbewegung nicht nach. Okay, das hätte ja funktionieren können. Moment, wir machen erst mal den. Das sieht ja super funktioniert. Na, pass doch mal auf. Geil. So, Schlüssel Nummer 2. Ah, okay, das lassen wir auch mal so. Okay. Na, das ist ja auch frech. Jetzt muss ich auf die andere Seite wieder. Okay, kann ich das wegschieben? Gucken wir uns mal weiter. Okay, jetzt passiert nichts. Na, dann holen wir uns erst einmal den Schlüssel. Ich muss mir immer noch mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wie ich gesprungen bin. Da komme ich immer mal noch durcheinander mit der Steuerung. Ach, ich bin ja auch ein Tottel. Ich habe doch schon drei Schlüssel mit mir. Ich hätte doch schon in die Tür gehen können. Na, okay, dann habe ich jetzt wenigstens den Schlüssel. Ich habe schon eine Karte. Ne, eine Karte habe ich noch nicht. Okay. Ich würde sagen, ich gehe erst mal oben lang. Das funktioniert ja schon mal super. Ich wette übrigens, ich kriege hier einen Krafthandschuh. Also, ich weiß es nicht. Das muss ich dazu sagen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Moment, X. Zack. Zack. Jetzt stelle ich mich aber dumm an. Oh, da haben wir den Schnabel. Äh, okay. Jetzt haben wir die. Okay. Wozu war jetzt... Moment, das muss ich probieren. Passer da nix? Okay. Na, das hätte ja sein können. Dass ich die alle anmache. Und es dann irgendeine geheime Sache gibt. Aber, da habe ich mich getäuscht. Senke die Bodenplatte, indem du den Kristall anschlägst. Na. Applaus. Dass ich das jetzt aufweise. Okay. Und bin ich sonst an die ganzen, äh, Schlüssel gekommen. Stopp. Das ist ja praktisch. Ich komme dann einfach so, das Puder wieder. Auch nicht schlecht. Mich, ich, ich, ich finde es trotzdem verwunderlich. Ähm, dass man die Thun-Kessel nicht mit dem Schwert kaputt machen kann. Ihm, ich, 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 ute. Okay. Wir schauen mal, ob dieuilie uns was anderes sagt. Auch wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg... Okay. Oh, wieder eine 2D-Passage. Geil. Ah, das muss ich sagen. Die Elemente gefallen mir echt super in dem Spiel. Und die kann ich brauchen, die Herzen. Sehr schön. Okay, da passiert auch nix. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt mal erst weg. Wie weit sind wir? Ich habe immer noch keine Karte gefunden, fällt mir gerade auf. Okay. Ist sicher, dass man die Träume... Okay. Erst die langohrigen Kreaturen, zuletzt den Schädelritter. Okay. Das scheint Tipp für... Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? So ein arschwarzes Loch, oder was? Oh, da ist die Karte, wenn man vom Teufel spricht. Sehr schön. Ich will jetzt erst mal auf die Karte schauen. Okay. Ich habe eigentlich bis jetzt nicht, hoffe ich, was verpasst. 20 Rubine. Immer gut. Ah, hier geht es noch nicht weiter. Ich gehe mal davon aus, jetzt müsste ich eigentlich einen Krafthandschuh oder irgendetwas in der Art langsam bekommen, weil da ist ja alles gestoppt. Ja, weiter geht es ja ja nicht. Komm, ich gebe mir den Krafthandschuh. Kraftreif? Kraftarmband. Alles klar. Okay. In irgendeinem anderen Spiel war es Krafthandschuh. Na, sehr schön. Muss ich den extra ausrüsten? Gucken wir doch gleich mal. Ich denke nicht. Ja, kann ich einfach so aufheben. Na, das gefällt mir doch schon mal. Jawohl. Das gefällt mir doch. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wie ich den Schalter umlege. Da komme ich ja jetzt. Ach, da oben. Kann ich lang. Und das ist auch praktisch. Da kann man sich gleich Scherzen rausziehen. Hier ist der Schlüssel. Okay. Gibt es noch eine Tür, eine Kiste. Und dann haben wir es ja schon geschafft. Da gibt es aber eine Menge Gegner. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den noch... Da war noch einer. Okay. Komm her. Und? Ist doch nichts aufgequält. Erst... Erst die mit den langen Ohren hieß es? Stopp. Hm. Ah, okay. Die Reihenfolge muss tatsächlich dann stimmen. Okay. Wollen wir mal gucken, ob man hier vielleicht auch noch Geheimnisse findet, wenn man hier die Tonkrüge alle kaputt macht. Na, immerhin. Genau, hier musste ich noch hin. Ich bin auch ein Held. Wie willst du denn an den rankommen? An den komm ich so gar nicht ran. Okay. Nee, stopp sowas. Ah, das ist doch wohl. Komm her. Okay, das holen wir mal eins. Dann machen wir die Fledermaus. Jetzt passt's. Okay. Interessant. Ah, da ist natürlich der große Schlüssel. Das macht natürlich jetzt erst recht Sinn. Okay, jetzt haben wir eigentlich... Jetzt haben wir alle Kisten offen. Genau. Jetzt können wir zum Endgegner. 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 So, Endgegner Nummer 2. Was ist das für ein Clown? Ach, das ist der Djinn. Naja, klar. Das heißt ja auch Djinn-Grotter. Macht ja Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich den hier besiege. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Schmerzen, stört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als das Spielzeug. Ah, verstehe. Okay. Naja, die Flasche machen wir kaputt. Also erst die ganzen Feuerbälle werfen lassen. Und jetzt habe ich aber nach dem Zahn drauf. Oh, der Feuerbälle ist irgendwo groß. Also die Sprungattacke mit dem Schwert, die ist schon echt sehr effektiv. Die zieht zwar genauso viel. Oh, jetzt habe ich ihn. Okay. Der nächste volle Herzcontainer. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für ein Instrument gibt. Okay, hier geht es rein. Aha, ein Horn. Ein Tritonshorn. Okay. Sehr schön. Zweites Instrument erhalten. Djinn-Grotte erledigt. Ja, das war die Djinn-Grotte und damit die zweite Folge meiner Let's Play-Reihe von Zelda Link's Awakening. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei den weiteren Folgen einschaltet, wie ich es beim ersten Teil schon gesagt habe. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr auf meine anderen Playliste mal reinschaut, wo ich nur die Paläste zeige. Beziehungsweise hier ist es kein Palast, hier ist es eine Grotte gewesen. Also alle Dungeons. Lasst dem Video einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auf Anregungen, Kommentare oder Kritik bin ich natürlich auch sehr gespannt und bin auch offen dafür. Das soll es von mir schon gewesen sein. Um die nächste Folge natürlich nicht zu verpassen, lasst ein Abo. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr auf meinem Kanal neu seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.